Das KV ist ein weiter Begriff. Im flexiblen Lernmodell von Swisscom habe ich herausgefunden, was ihr in Zukunft machen möchtet. In diesem Video zeigt ihr meinen Weg. Die Menschen stehen bei Swisscom immer an erster Stelle. Im Shoptoon habe ich gelernt, auf Kunden zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Durch die Routine kann ich jetzt auch privat einfacher auf Menschen zugehen. Bei der Vorselektion von Bewerbungen habe ich gesehen, was gute und was weniger gute Motivationsschreiben und Lebensläufe ausmachen. Das Wissen kann ich jetzt für mich selber einsetzen. Die Finanzen sind zwar nicht so meins, aber ich habe endlich in der Praxis gesehen, was in der Schule theoretisch beigebracht wird. Mein Highlight-Besitz ist ganz klar das Kleinsponsoring. Am Telefon zu verhandeln und das für beide Seiten das Beste rauszuholen, das fängt einfach. Mit kleinen Beträgen oder kreativen Ideen für Preise und Giveaways konnte ich verschiedene Vorhaben, Events oder Projekte unterstützen. Genau das Vertrauen in mich macht Swisscom aus. Ich darf mich selber sein und meine Meinung wird ernst genommen. Am Anfang der Lehre habe ich einen Laptop und ein Handy bekommen. Das digitale Umfeld ermöglicht es mir, unkompliziert und vollbrauch aus zu arbeiten. Ob im Homeoffice, im Büro oder im Zug. Das Ausbildungsprogramm ist eindeutig das, was Swisscom einzigartig macht. Ich muss zwar selbstständig immer wieder neue Projekte suchen, aber das macht mich stark. Dadurch habe ich eine vielfältige Lehre. In meiner Lehre habe ich gesehen, was ich machen möchte und was nicht. Es ist definitiv die richtige Ausbildung. Ich bin Silja Bürki und ich mache die Lehre als Kauffrau. Wer dort Freiheit möchte, selber über die Ausbildungswege zu entscheiden, dann bewirb dich.